Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Day by Daylight in Haddonfield mit dem guten Henker. So, da habe ich doch schon mal vier Leute. Ja, komm du ruhig aus dem Hause raus. Ne, bleib ruhig drinnen. Oh, wer bist denn du? Hallo Chris. Chris, fände ich gut wenn du das gemacht hättest. Hab dich. Genau. So, aufgeregte Hoffnung 1. Überlebende 0. Ihr seid ins Haus. Oh. Alles klar. Ja. No, Feinmen. Du. Oh. Also, Fengmin kommt schon mal auf meine schwarze Liste. So, ich werde die schon mal kaputt machen. Hm. Aufgeregte Hoffnung 2 schon mal. Das ist schon mal gut. Da bist du. Hallo. Ich bin der Neue in der Stadt. Ich bin der Neue in der Stadt. Ich bin der Neue in der Stadt. Was? Was hat das denn, mit dem? Wie mies ist das denn bitte? Was ist das denn? Dann nehmen wir dich auf. Der ist zu weit, nehmen wir dich direkt. Ich will ja lieber die Fänge hinhaben. Entschuldigung, ich geh ja schon. Ich komm schon weg. So, ich geh. Aufgezählte Hoffnung soll ja funktionieren. Sehr gut. Nein, auch nicht. Okay. Hier nicht. Dann werden die oben im Haus sein. Definitiv. Gehst du da wohl weg? Das ist mein Toten. Ja, schön weg davon. Das war knapp. Hast du mir das jetzt weg gemacht oder nur gerettet? Das ist mein Toten. Das ist mein Toten. Das ist mein Toten. In der Hoffnung, dass ich das schaffe. Das muss ich schaffen. Das ist... Das ist mein Toten. Boah. Boah, Fengion. Da hast du aber... Nichts da. Du kommst da hin. Basta, basta. Wo liegt der eine? Wo bist du? Komm, ich geb dir die Chance, sie zu retten. So, jetzt. Tja, von wegen. Ich will euch nur beide haben. Na, läufst du mir jetzt in die Hand? 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 Ah, Lauf! Hier nicht? Ah, ist ja gut, du hast sie nicht gefunden. Oder du bist einfach durch das Fenster ausgesprungen. Ach ja. Hier ist sie. Oh, du bist ja gut. Oh, du bist ja? Oh, du bist ja gut. Und du bist ja gut. Da. Hallo? Hey, komm! Da! Ja, du darfst. Manchmal ist das echt schwierig. Hey! Chris, du darfst. Uah. Ich muss das auf die Alkoholische. Ja, na los! Ja, lauf! So, jetzt spring auch. Ach, ich habe heute einen guten Tag. Ich habe fast meine Aufgabe erfüllt. Ja, die fang mitten. Die war... Wo ist sie hier? Ah, die hatte Frontal. Okay. Das mag ich natürlich gar nicht. Aber was natürlich total digital ist, um Gottes Willen aber, das hat sie zu spüren bekommen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!